Musik Moin Moin von Bord von AIDA Luna auf dem Weg nach Port Canaveral auf unseren dritten großartigen Seetag. Unter dieser Kuppel hinter mir wird Wayne Morris heute Abend die Bühne rocken und hat dafür schon einiges geprobt. Musik Ja, was ich freue mich auf diese Reise ist, in ein paar Stunden wieder in das Theater zu spielen für die ganze AIDA-Family hier. Und das ist einmalig. Jeder Entertainer kann nur sagen, einmalig, brillant, wonderful. Musik Musik Wir werden wenig heute Abend zu hören mit dieser Musik, war die Generation von mir früher, wo ich das auch gehört habe, finde ich faszinierend. Musik Die beste Show von AIDA, die ich bis jetzt gesehen habe. Musik Die gehen so ab, die stehen auf drei Etagen und das ist genau das, was ich auf AIDA möchte und bin begeistert. Das ist so unsere Zeit, das war so, wie es früher war. Ja, er ist das Besondere. Das habe ich schon lange nicht mehr so erlebt, so eine Stimmung hier. Musik Ich habe schon auf vielen AIDA-Reisen, aber ich habe es noch nicht erlebt, dass alle Leute stehen und mitfeiern. Wow. Und jung und alt, alle zusammen. AIDA Luna, just rock, just outside Nassau. Killer, killer, killer. I love AIDA, I love AIDA. Wenn du keinen AIDA-Shift gebucht hast, dann do it now, morgen früh. Was gibt es heute zu essen? Mein Name ist Bernd Aarold. Mein junger Wilderteller ist geschmolte Ochsenbacke, geräucherter Hummer, Sellerie mit Vanille abgeschmeckt, Melone mit Kaffee und dazu Ravioli mit Rauchtofu. Voll geil. AIDA 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 Vielen Dank.